Ui, da. Wir können Jericho mit uns mitnehmen. Wir sind anscheinend übel genug. Also probieren wir das doch. Ja, das kannst du haben. Wie spät ist es? Ja, ein bisschen spät. Ein bisschen spät zum Rausgehen. Jetzt erst noch eine Runde schlafen, Jericho. Okay. Ich habe ein paar Sachen verkauft. Wieder beim Doc was verkauft und gespulen. Beides gleich. Multitasking. Gleichzeitig natürlich. Wenn man da mit mir Handeln geführt hat, habe ich ein paar Sachen aus der Tasche gezogen. Ich hoffe, in mein Schlafzimmer rumzuwandeln. Ich wollte meine Bettdecke nicht. Get used to it. Und mit Jericho an meiner Seite sollte ich stark genug sein, damit ich es mit den Ameisen aufnehmen kann. Immer dunkel, verdammt. Wurscht wird die Gleichheit, wenn ich schnell reise. Wenn ich schneller reise. Ich glaube, das ist der Konversationszwischenbereich, um zu den Malwurfsraten zu kommen. Wenn es die Meierlerks sind, dann bin ich ein bisschen im Marsch. Aber ich könnte mal reinschauen zum Spaß. Was meinst du, Chris? Da ist er ja. Nimmt denn meine Sachen auch mit? Was gibt's? Haben Sie denn eine bessere Idee? Ja, okay. Haben Sie eine bessere Idee? Warum stehen wir hier herum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kakerlaken, okay. Okay. Obwohl, das ist keine Kakerlake. Das ist keine Kakerlake. Überraschung, dass der mich noch nicht getroffen hat. Aber vielleicht habe ich gerade verschrien. Ich habe schon lange niemanden mehr umgelegt. Okay. Uuuuhh. Was ist ein Freedog? Oder ein Röhre? Nehmen wir sie mit. Ich habe vergessen, wie beschissen hier alles ist. Ja, tut mir leid, Bro. Hat mir da alles sehr wichtig. Ich kriege so viele von denen. Wenn ich erst mal die Waffe habe, ich sollte nachgooglen, wo man sie finden kann. Brunnen. Warum nicht? Ich darf sie nicht verrunden. Das ist nicht so, wie die Kakerlake sind. recht gesagt warum soll ich nicht mit einem vodka man kann sie verkaufen und ich brauche das geld für die kinder ich nehme es für die kinder mit und da wieder eine mine rumliegt die waffen versteckt haben die chinesische pistole war ja schwach oder sechs schaden zwei schaden mit der jose oder erst mit einer cola gestorben schachtelzigaretten für die süchtiges mitnehmen du bist ja getestet oder oder geimpft wüsstet mir da einfach den rücken alter kann man nicht machen ich bin schon fast wieder voll okay ist auch nicht draußen also war da nichts wirklich interessantes drin na sowas die wortschurken sind wieder da wir haben nach ihnen gesucht jemand hat einen preis auf ihren kopf ausgesetzt was sie glauben sie können im ödland herumlaufen und ihre bösen taten verrichten ohne dass es jemand merkt ja und nun ist es zeit zu sterben ha 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 nein nein er nicht oh verdammt verdammt jetzt hab ich churiko mit weißt du was weißt du was was Das ist ein Cycle. Ist das das Beste, was du drauf hast? Du bist verschwunden. Wollte Hinweis, Patrick. Hm. Ha, das ist abgehauen. Den holen wir uns gleich. Schuriko Künstsorge. Haut keine Art. Uh. Nein, noch nicht. Oh, rückzug, rückzug. Was sagte ich? Rückzug. Oh. Tod durch Auto. Wäre nicht das erste Mal. Oh. Oh. Doffen Chips gehen noch. Ist das deine Leiche? Ja. Haben gute Loot, haben gute Loot. Können wir öfter treffen. Rüstung schaut cool aus, aber der ist nutzlos. Nächste Pistole kann ich reparieren. Kampfmesser, raus damit. Hm. Hm. Okay. Das hat doch wieder hochgegangen. Oder war das schon so? Geriko. Das ist gut, dass ich den mit habe. Richtig nutzvoll. Ah. Ah, viel Muni habe ich da nicht. Da habe ich ein bisschen Muni. Die kann ich verschwenden. Die würden mich da oben nicht erwischen am Highground, oder? Ja. Ziemlich hoch der Greffer schonst. Nice. Oh. Oh. Geriko ist schon reingerannt. No chill, der Typ. No chill. Was für ein bisschen Bart. Wie hoch ist die Treffer-Chance? Gibt es ja gar nicht. Wie hoch ist die Treffer-Chance? Gibt es ja gar nicht. Oh, nimmt fast kein Schaden, das der. Oh, nimmt fast kein Schaden, das der. Oh, nimmt fast kein Schaden, das der. Ah. Sein Leben schaut auch nicht so gut aus. Greditsch. Du verrückter. Ja. Können wir mal Armeisen vernichten hier. Ja. Umgewehr ist fast zu schade. Lasergewehr. Ah, schau, schau. Sehr cool. Ich will grad nur irgendwann den Muni verhauen. er macht das guter arbeit guter mann riesiges ding ah ja und er hat doch noch leben krass echter lifesaver grad da können wir das erst mal vernichten am meisten vernichten marigold station ok okay die auf Jericho. Jerichos Leben ist gut. Was für ein Tank. Marigold Station, die ist gefährlich. Die ist gefährlich, glaube ich. Da haben wir die nächste Bestie. 10 Millimeter. Das ist nicht wert. 32er Pistole habe ich in Jagdgewehr. Nein, also die 32er kann ich das mal machen. Was ist mein Kampfmesser? Ich habe das wirklich vermisst. Ich habe keine negativen Effekte bei Hundefleisch. Ich habe einen Grafikglitsch gesehen. Ja. Ich habe einen Grafikglitsch. Ich habe noch mehr zu essen. Junk Food. Nichts. Ja. Puh. Also ohne Jericho hätte ich das gleich probieren brauchen. Da hätte ich gar nichts ausgerichtet. Also ist ziemlich notwendig der Typ für diese Mission grad. Ich brauche nur zwei Schläge. Verdammt. Ich darf keine Munition verschwenden. Keine gute. Bleier Rohr. Macht auch gleich viel Schaden. Ich brauche euch ein bisschen zu tief treffen. Ah, da ist die Feuerresistenz. Und Maschine auf Cherry Cushion, und Maschine auf Cherry Cushion. Guck. 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 Verdammt. Ich liebe Gewalt. Verdammt. Guck. Dammit ist der Mann nutzvoll. Es ist krass eigentlich. Jericho hart carry. Das Ding schaut auf Jericho, ich hol mir mein Bleirohr raus. Oh, Jericho hat schon vernichtet. Hier noch ein Ding drinnen. Dann sind wir mal im Kreis. Nur nicht das Auto anschießen. Nur nicht das Auto anschießen. Jetzt da ein Auto hinter mir. Das ist klar, bro. Alles klar. Der hat was aus. Na, sonst ist ja gar nichts. Was für ein Dreck. Können wir wahrscheinlich gleich mal in Red Away auch reinhauen. Und aufbereitet ist Wasser zum Runterspülen. 23 Minuten. Seit damals in Folge. Hier wird doch irgendwas sein, oder? Gar nichts. Krass. Wir machen Freizeit wieder. Gute Arbeit. Ich habe keine Erfahrung bekommen. Wir haben mehr umgelegt. Auch. verdammt wenig loot hier das ist ein bisschen störend die drogen lassen nach ich sollte den typen wahrscheinlich auf passiv umstellen so ist es verdammt noch mal natürlich bin ich nicht schlecht ich mache das jetzt seit 25 gott verdammten jahren sie reden zu viel hat ihnen das schon mal jemand gesagt aber das dachte ich nicht taktik ausrüstern ok dann gibt es nicht auf passiv wir uns in die action den typen gibt es nicht in passiv ok ich glaube ich brauche mir gar keine häuser da durchschauen die nicht interessant ausschauen ich habe auch noch dreimal drauf geschlagen dass ich schon tot war dann habe ich doch den dietrich fähigkeit das psycho und so verdammt blöde monster hier drin können sie mich nicht kriegen ach kommen sie schon erzählen sie es mir ich wünschte alles können ich bin doch dass ich darauf hecken kann da waren wir doch schon das setzt was ich hab das wirklich vermisst hier steht wahrscheinlich auf vorher wenn er das so vermisst hat manchmal kriege ich gar keine erfahrung komisch ok das ist ein bleierohr ist fast hinüber die häuser schauen hier auch nicht interessant aus gehen wir einmal noch reinschauen ob es in irgendeinem haus etwas gibt nein ok das heißt zuerst zum dog dann wieder zurück mich heilen lassen grey ditch megaton und dann weiter hier machen und dann weiter hier machen dann weiter hier machen wir machen weiter hier oink 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 ich kann Sachen noch verkaufen er kommt mit den wolken doch ich hab sie nicht beschuldet sie sind doch alleine hierher gekommen irgendeine wichtige Tour aus dem Norden braucht eine OP und einen Computerfachmann ich kümmere mich nicht um diesen Mist und das sollten sie auch nicht das hatte ich mir schon gedacht klar ich kann helfen aber nicht umsonst 50 Kronkorken nicht mehr und nicht weniger ok ich habe etwas von diesem vorkriegszeitlichen Zeug es sollte ihren Körper gründlich durchspülen was war das Corona oder war das das Gegenmittel schön das müsste reichen darf sonst noch etwas sein na gut dann alles Gute noch da draußen du bist doch alleine hierher ja er hat noch Geld gut schlecht berechnet schlecht berechnet sind sie fertig gut versuchen sie sich nicht zu verletzen ja ok guter Tipp danke was haben wir noch wie viele Gewichte habe ich das die na zu viel ich gehe noch zu Neura bevor wir weitermachen mit der Iron Master Quest Neura will noch immer dass ich super duper markt gehe aber ich sage nein könnte das denn da eigentlich könnte ich die Folge beenden ja ja ich beende und gehe verkaufen hör auf darum zu ticke darf daran zu songen und püüüüß verdammten Nefen auf mich zum tickeln Peace out.